Dieses Jahr gibt es nun einen Kurztrip als Urlaub und zwar nach Süddeutschland in die Bodenseeregion. Endlich Urlaub, wir sind in der Schweiz am Rheinfall. Das habe ich mir größer vorgestellt. Natürlich haben wir den echten Rheinfall gefunden und es ist in der Tat ein spektakuläres Naturschauspiel. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Hallo kleiner Gefieler der Freunden, pass auf die Strömung auf. Neben dem Rheinfall gibt es aber auch am Bodensee wunderschöne Reiseziele. Mein Favorit in dem Urlaub war Meersburg. Superschöne Altstadt, tolle Gastronomie, super Wein und das Wetter war natürlich auch noch top. Aber auch im Hinterland vom Bodensee gibt es wunderschöne Gegend, hügelig, kleine Dörfer, viel Obst und Weinbau. Da kommen wir auf jeden Fall wieder her. Und wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Wünsche, Anregungen, Fragen in die Kommentare und ansonsten lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht habt. Wir sehen uns. 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 Wir sehen uns.